so die lehrer die hallo und herzlich willkommen liebe judo freunde dead island 2 ist mal wieder am start und wir sind hier in bel-air wir sind hier erwacht da blut ist noch ein bisschen von uns das waren wir das ist von uns nicht von dem meine schädel tut weh und wir gehen mal zudem ich glaube denn sein schädel tut ein bisschen mehr wie wie unserem was haben wir da ein paket quasi die karte rein zoomen raus zoomen bla 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 da ist verschlossen so wie es aussieht und da sind wir gerade aktuell wir haben es verstanden ja okay warte ich gucke mal kurz gibt es hier noch irgendwas ne glaube moment ich gehe hier mal kurz unten rum das wollte ich spontan jetzt nicht aber ich muss da sogar rein da vorne schon die weltbank warte ich mal da gucke ich mal kurz hoch normal ein guck ein klotz moment was gibt es hier nix scheiße mann also gut warte bevor ich da reingehe gucke ich mal hinten okay da ist ja so die letzte mal hier jetzt sind wir hier ist die werkbank eine sicherung und platzieren sie die sicherung beim verteilungs verteiler kasten verteiler kasten metallschrott metallschrott ja medikit ja und was haben wir noch hier draht zum basteln ein stückchen stoff und kleber und kleber machen wir noch wenn denn ich will den ventilator aber sei es doch da noch mal schrott richtiger schrott sammleuer junge 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 okay am verteiler kasten verteiler kasten rein da die möhre obala guck guck ja ich kann zurück okay kann ich auch abwehren ich kann nicht abwehren verpiss dich ich brauch helle zack das gibt's auch nicht verpiss dich jetzt aber jetzt jetzt reicht's noch alle komm her du so eine arsch ratte miese hure satans bullshit ich kann glaube irgendwas verbessern oder fähigkeiten verbessern was ist das ausweichen ja das ist gut schützt das automatisch frei oder wie ist das sieht so aus oder teilen schlüssel fähigkeiten ja konter zombies konter greift an okay modifizieren kann ich nicht modifizieren grad also so abwehren wäre gut aber das ist ja jetzt eher so auf die seite springen braucht man braucht man auch nicht hoppst da drüber du penner immer auf immer richtung kopf jawohl jawohl so muss es sein so muss es laufen und so ist es und so bleibt es und in engen Hosen reibt es heile zack ramenter mal ich muss da rein verschlossen alles klar verstanden okay warte ich guck mal kurz da hinten rein so viel blut jesus christ da hat einer rumgewütet ja da ja da ging es ein bisschen zu sagen was fängt da am bild kein durchgang ja ja habe ich auch gesehen was ist das ein geheimgang oder hallo trich in den panik raum ein ja und zu dem haupteingang konnte ich nicht rein oder wie warte ich guck mal kurz für ganz blöde ne natürlich nicht was findet ein passendes schlüssel eine schlüsselkarte code eingeben okay schlüsselkarte code bla 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 da kommen direkt rein okay wir gehen in den panik raum war ja klar oder was so klar ähm kriech in den panik raum ein was ist das schloss dran ok weg die hände scheiße kaputt und oben da will einfach nicht verrägert die kleine habe jetzt keycard oder was ja okay ich habe den schlüssel okay ich habe jetzt wird erstmal hier ein bisschen klutet und ein bisschen safe und ein bisschen was haben wir da elektro elektro was ja das protein regel könnte ich jetzt auch gebrauchen was ist das für aufzeichnung ja super echt klasse willst du mich verarschen komm komm so so funktioniert es schwampelt abhampelt mach da drauf ok er steht weil sogar hat es so richtig in action gerade aber das heißt drum okay wir haben den schlüsselkarte wir stecken die schlüsselkarte rein oder tun sie ran halten so wie bei der ec karte weiß der teufel hier verschlossen da geht es hoch da geht es hoch aber wir looten wir looten noch was geht das war scheiße das war scheiße nein nein also es war mega scheiße die aktion wir haben durch den alarm natürlich die aufmerksamkeit erregt in allerlei hinsicht korrekt korrekt du so blauen match flieb blauen match mega mega wir lieben es wir lieben es bargeld da war doch nur einer oder was ich finde jetzt nochmal draufschlagen da ist wie doch lieber nicht was machst du da genau lass es ja flieb blauen match so was haben wir hier ein stückchen stoff stieglich doof katana ja baby die erste waffe sehr schön hey uiuiui sehr schön wir haben ein schwert wir haben ein schwertchen da ist geschlossen verschlossen Türe ok dann gehen wir doch ich glaube nach oben gell was haben wir hier lebt dieser arsch ok ihr wisst ja bei schlechten horrorfilmen das letzte jahr machen und so aber irgendwie tut das ähm kein also nicht regelkonform so ein immer noch vergiftet es ist das ist es ist es ist okay тут absuгрange labg ein wenig ab. Dementsprechend ein bisschen looten hier. Sehr. Hat das gerade auch noch gehört? Da war gerade so ein komisches Schreien. Die lebt eh nicht mit der Hand. So. Ne. So. Also gut. Protein-Shakes. Ne. Halt. Schon gedacht. Das ist eine Vase. Ich wollte schon sagen, überall stehen Protein-Shakes. Aber es sieht ähnlich aus. Es sieht ähnlich aus. So. Hier wäre da. Da geht es rein. Lampe. Das ist gar nichts. Gar nichts, Dine. Gar nichts. Aha. Was haben wir ja noch? Ja. Zeig mal die Möhre. Uh. Okay. Okay. Da tun sie festbern im Pool. Aber man soll doch nicht mit vollem Magen ins Wasser, oder? So heißt es doch, ich glaube. Aber gut. Ist nicht mein Problem. Aber es könnte mein Problem werden. Das ist das nächste. Was ist das für eine Möhre hier? Wow. Okay. Dann halt nicht. Also. Uh. Bläde. Vorreckt doch. Hey. Da ist der Kopf ab. Da ist der Kopf ab. Mega geil. Im Holz. Das ist alles kaputt. Das ist nicht kaputt. Und du. Vorreckt. Jawohl. Rutsch. Sehr schön. Hat der was? Voll die Seuche. Okay. Weiter geht's. Der hat den Kopf verloren. Der hat den Kopf verloren. Da liegt er. Geil. Also Katana ist mega. Das ist bestimmt scheiße. Billiard. Äh. Keu. Keu. Hier. Keu. Billiard. Keu. Bleib doch. Liege du. Kleiner. Hoppa. Upp. Nochmal einer. Aha. Wer will nochmal. Wer hat noch nicht. Komm da. Ja bam. Du Segel. Nicht trinken. So ist richtig. So ist richtig. Uh. Da ist nochmal einer. Ah. Verpiss dich. Komm. Lick. Na. Komm. Der Stuhl war im Weg. Aber. Immer drauf. Immer drauf. Da ist nochmal ein Billiard. Keu. Kannst du ruhig ein bisschen Musik spiele hier. Rucifix. Katana. Billiard. Okay. Schauen wir mal. Das haben wir hier. Protein Shake. Protein Riegel. Geldkassette. Medikit. Stoff. 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 Das. War es hier. Rrrr. Nicht schlecht. Wie heißt die? Raubo im Glas tanzt. Schreibt es unten in das Metall rein. Ich habe es nicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Ah. Ah. Pool Session. Pool Session. So wie es aussieht gleich. Was haben wir hier? Voll der Grill. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Energy Drinks. Energy Drinks. Energy Drinks. Da unten sind die. Die Halbdackel. Was ist hier? Ach da sind wir hergekommen. Mein Gott. Kuckuck. Sieg. Sicherungskasten. Da kommen wir nicht rein. Sicherungskasten. L.A. Sicherung um die. Kleine Sicherung sowieso. Sieht brauchen wir da. Ich weiß nicht wo es dahin geht. Könne ich hier wieder zumachen. Ich will da eigentlich noch nicht hin. Eigentlich nicht. Oder doch. Warte. Finde den Ausgang. Aha. Aha. Jetzt sind wir hier. Hier kann man öffnen. Da ist zu normalerweise. Können wir hier rein? Nö. Da kommt man wieder vor das Ding. Da kommt man auch raus. Möchte ich aber nicht. Ist okay. Jetzt haben wir kurz die Lage gecheckt. Jetzt geht es weiter. Ich hätte Bock auf eine Pool Session. Was haben wir hier? Da vorne ist irgendwas. Okay. Die interessieren uns erstmal nicht. Die bleiben. Server offline. Besser ist. Was haben wir hier? Wächst. Tablet. Aha. Guckuck. Ah. Komm. Leg den. Jawohl. Da ist voll die Seuche. Ritter der Tafelrunde ist da vorne. Haben wir hier noch was? Warte. Ich loote immer gerne. Ich gucke immer ein bisschen. Gucken was geht und so. Geil. Ihr kennt es. Ihr kennt es. Kennt ihr bestimmt auch. Immer ein bisschen gucken. Was geht. Schnecke checken. Wie auch immer. Ihr kennt es. Ihr kennt es. Wenn es nicht so wäre, würdet ihr lügen. Ähm. Ah. Okay. Verstanden. Da waren wir schon. In Grad 8. Waren wir da auch schon? Ne. Ne. Guitar Hero. Oh. Wo? Wo? Ah da. Hab ich gar nicht gesehen. Der Kösch. Da war nochmal einer, oder? Jawohl. Komm Baby. Das ist ein Fetter. Das ist ein Fetter. Das ist ein Fetter. Fetter. Komm, komm, komm. Da drauf. Da drauf. Geht gar nicht, gell? Da ist jemand. Da drauf. Okay. Geht nicht. Geht nicht. Hm. Ritter der Tafelrunde. Was gibt es da leckeres? Geburtstagskuchen. Sag mal. Idiote Bengel. Wo ist der Kuchen jetzt hin? Burger 66. Ich hab den Kuchen fortgefeiert. Dickerle. Dickerle. Jesus Christ. Ja, alles gut. Alles gut. Was ist das da? Ah. Okay. Lebt nicht mehr. Billiardköl. Nehmen wir doch mit. Ist zwar nicht so geil, aber wir nehmen es mit. Was haben wir hier? Da müsste irgendwo ein Wauwau rumspringen. Was haben wir da? Schrott. Schrott. Kommt da am Pool raus? Ja, kommen wir raus. Ist die Frage, ob ich da direkt raus möchte. Ich geh glaube vorne raus. Ah, wir sind schon wieder überfällig. Also von der Zeit her. Wo sind die Penner? Tun die da immer noch naschen? Okay. Ich denke, wir machen jetzt ein... Schnellen Cut. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Finde einen Weg durch das Anwesen. Den kenne ich ja, den Weg. Aber hab ich keinen Bock drauf. Schlüsselkarte benutzen. Zugang Tastenfeld. Ja, benutzen. Ne, möchte ich nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte mal ein bisschen hier bummeln noch. Ein bisschen Pool-Session machen. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Kingline83. Haut rein. Bis denne. Ciao, ciao.